was ich habe nichts gemacht das war schon so ja deswegen spielen die ganze zeit damit also mit dir also ach egal ist was ich sage höre nicht auf mich höre auf andere erst mal wieder diesen komischen biergeschmack aus dem mund kriegen ist ja widerlich was das bier getrunken ja aber als richtig heiß war und die dust hatte also es sind eigentlich schon zwei gründe und b sind kleine gläser ach du hast in köln die düsseldorfer haben auch kleine gläser 0 2 ja doch du fängst an und machst dann deine fünf gläser durch und hast dann das gefühl doch einen schluck getrunken zu haben nee lieber 0 5 aber dass wenn sie zumindest an der schweinchen 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 oben oben ist schweinchen und dann nehme ich mal diese treppe hier so habe kieler radios das ist genau über mir schweinchen sieht mich ich hoffe ein bisschen rum ja ist okay zeig mal die map ich glaube jetzt unten rum mit schweinchen ja okay dann gehe ich wieder hoch ich versuche zu rennen also ich habe jetzt irgendwo zumindest mein generator gehört und im keller habe ich einen gefunden da bin ich gerade dran viertel habe ich dann machen wir jetzt auch ein kopf was sinnvoll ist ich bin ich die ganze zeit durch die gegend gelaufen und habe nichts gefunden kups ich muss ja rüber macht die tür geht dann auf alles klar ja wenn wir die tür wo du durchgelaufen bist war es also ich bin jetzt langsam auch jemand gebrochen der übernimmt da du machst du bist du wieder unten ihr seht mich so jetzt kann ich bei schluck noch mitmachen ist das nicht eher lordi die mit den masken schluck noch hat auch was so ja stimmt ist jemand in der nähe und die grunde ja im moment wird sich kommen er rennt bei mir rum jetzt habe ich keinen puls mehr jetzt muss ich erst mal das ding loswerden ja ich weiß auch warum du keinen puls mehr hast ich darf da mal weg alter dieser hat sich vielleicht reingeschlichen ich bin mal nach oben bin ich weit gekommen masken masken überall wir können nichts mehr trinken ja da unten hat sie mich gerade gefangen das ist übrigens zu dem typ der da gerade rum lief unterwegs ich kann gerade nicht lass mich ich drücke da mal ein bisschen space die katze kommt die katze kommt äh das schwein kommt die katze kommt die katze kommt die katze kommt die katze die katze ist der Name oh die ist hinter mir her und ich lauf direkt in die Sackgasse und das war's die katze kommt die katze kommt es gibt es noch nicht den spinn bündchen siehst du richtig gut aus mit der maske helf mich kann ich nicht bin tot ihr habt mich sterben lassen ok jetzt habe ich nicht mehr die angst studiert ich kann kein selfie mehr warum kann ich das ist ja mies ach doch er kommt das war unexpected es gibt es und das gibt es die richtung die richtung doch in die richtung wird erstmal die das maske los glaube ich heute wurden ja erstmal die schlitten opkarten fürs konzert ausgeliefert also hast noch zeit ich kenne immer noch kein sehr viel trotz mit weg was ist denn das scheiß perks immer ganz kurz ja super idee er hat dich nicht erwischt nein mich hat er nicht erwischt weil er hat es erwischt ich habe das gefühl jetzt interessiert er sich nicht mehr für ace hey ich will doch mal so eine maske haben ja stinkt aber darunter ich weiß da muss ich nicht mehr riechen wo ich kann auch gar nicht mehr wickeln stelle ich gerade fest vielleicht soll es neu starten ja das könnte vielleicht nie kämpfen kann ich noch ja das tut weh du musst mich nicht schlagen ich würde dir einen gewissen finger entgegen strecken aber die brauche ich gerade nicht nett man sagt gut dann werde ich jetzt mal ganz kurz das spiel schütten und neu starten weil ich habe einen gelben medpack gefunden konnte ich nicht benutzen das ist natürlich ärgerlich da habe ich kein stück verloren